Hallo! Heute gebe ich euch einen Pro-Tip, wie ihr extrem dünne und feine Linien sprinkled. Und das ohne zusätzlichen Stencil Caps. Das Ganze zeige ich euch mit den Level 1 Skinny Caps von Montana bzw. mit Montana Gold und Black Dose. Das Ganze beginnt aber damit, dass ihr mal die Grundtemperatur der Sprühdosen senken müsst. Das heißt, jetzt haben die Dosen etwa 4 Grad Celsius. Durch die kalte Luft ist es eben möglich, dass der Druck in den Dosen noch mal mehr gesenkt wird. Denn kalte Luft zieht sich zusammen. Zusammengezogene Luft braucht weniger Platz. Weniger Platz heißt mehr Platz für die Farbe und gleich weniger Druck. Im Winter ist das ganz einfach. Ihr könnt einfach die Dosen ein bisschen draußen stehen lassen. Achtet aber darauf, dass sie nicht zu kalt werden, denn sonst wird euch die Farbe stockig. Im Sommer ist es etwas schwieriger. Hier könnt ihr euch zum Beispiel mit einer Kühlbox helfen. Das ist aber nicht alles. Auch ist es noch einfacher, wenn ihr nicht ganz neue Dosen verwendet, sondern Dosen, die zum Beispiel schon angefangen sind oder nur mehr die halbe Füllmenge haben. Dadurch ist nämlich auch schon mal weniger Druck in der Dose. Als nächster Punkt ist es wichtig, wie ihr das Cap drückt. Ihr setzt euren Finger ganz normal oben rauf, rückt aber an die hinterste Kante und drückt dann ganz vorsichtig immer stärker, bis ganz wenig Farbe noch rauskommt, rauf. Das heißt, ihr drückt nicht voll durch, sondern ihr kippt nur leicht das Cap, sodass eben etwas weniger Farbe raus sprüht. An der Wand direkt, geht ihr mit der Dose dann direkt an die Wand, kippt sie dann leicht nach oben, sodass das Cap noch näher an der Wand ist. Rutscht mit dem Finger eben nach hinten und sprüht dann mit viel Gefühl ganz dünne Linien. Ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Wir beginnen mit den Montana Bleckdosen. Nehmt den Finger, an die hinterste Kante rutschen, an die Wand kippen und dann ganz vorsichtig könnt ihr extrem dünne Linien malen. Im Vergleich mit den Montana Gold Dosen ein normaler Strich. Im Vergleich nochmal ein normaler Strich mit den Bleckdosen. Das heißt, mit etwas Feingefühlen, mit Üben der Technik, mit dem Runterkühlen der Dosen ist es wirklich möglich, sehr feine Linien zu stellen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Pro-Tip weiterhelfen. Viel Spaß beim Ausprobieren. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal.